Oh, au. Bojan. Mach weiter, Bojan. Wir sind Moderatoren, wir dürfen das. Ja, wir sind jetzt gerade mal Dekadenten. Oh, 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 oh. Matt Axel jedenfalls ist nach eigener Aussage regelrecht süchtig nach den krassen Takedowns. So heißt das Wort. Kann ich da jetzt irgendwie was machen? Und bezahlt mir der Provider da so ... Ah, Internet weg hier raus. Und auch die Vorstellung, wie sich ... Ich rede wie ein Roboter. Scheiße. Sorry. Ihr habt kein WLAN mehr. Komm nicht mehr einboden. Das WLAN-Kabel ist kaputt, Lan. Okay. Geil. Aber seltsam. Dankeschön. Ich hab doch Laktose, hab ich gesagt. Ach so. Ich hab doch Laktose. Deswegen sind deine Hände so zintrig, weil ich die ganze Zeit wedeln muss. Wobei ich dann immer an meinen Onkel denken musste. Der hatte ... Die haben halt immer zwei Hunde gehabt. Schon immer. Und da hat sich dann irgendwann so einen elektrischen Bagger geholt und hat damit immer die Hundescheiße weggefahren. So ... Nee. Idee? Nee? Okay, es war der britische Geheimsteam. Schma no ma schwa! Außerdem dieses ... Nee, Idee ist eigentlich so ... Nee, Idee? Nee? 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 Er hat dasselbe Problem gehabt wie ich, dass er die Scheiße nicht aufheben kann, ohne zu kotzen. Also musste man sich irgendwas überlegen. Und der elektrische Bagger war die beste Möglichkeit. Das Beschissen an der Geschichte war, er hat mir irgendwann diesen Bagger geschenkt. Ich wusste davon nichts. Ich war jung. Neben Burn of Paradise spielt ihr anscheinend auch ganz gerne mal ... Und zwar kannst du pro Tag eine Gebühr geltend machen, die du für einen ... Ah! Was? Ja. Ach so ist das. Ja. Wusstest du das nicht? Nee. Ja, ja. Ähm, ja genau. Wobei es natürlich auch irgendwas creepy ist, das irgendwie scheiße ... Oh, schön. Beim deutschen Game Studio Crytek gibt es derzeit anscheinend ziemlich heftige Probleme. In den letzten Wochen haben einige Mitarbeiter demonstrativ ihre Arbeit niedergelegt oder sich direkt nach einem neuen Arbeitgeber umgeschaut. Der Grund dafür ... Martin lacht. Aber ... Ich finde es ist gar nicht so ein witziges Thema. Deshalb ... Scheiße. Guck. Ich ... Ich ... Ich ... Hals bei mir. Aber ja, das trifft es. Genau. Ja. Er meinte es wäre wunderschön, wenn Ultron anfängt zu sprechen, weil er nicht so wie ich, wenn ich anfange zu sprechen, dann verspreche ich mal ... Ähm ... Ja. Nochmal. Passt. Du liest diesen Satz und denkst dir so ... Müll. Auch das eigene Entspannungslevel kann ermittelt werden. Schön. Was kommt eigentlich noch? Bald kommt noch so eine Analsonde, die deinen Wasserhaushalt misst. Aus welchem Grund auch immer das eine Analsonde ist? Weiß ich nicht. Wäre eine Idee. Jedenfalls. Zu dem Ding auf der Stirn. Ein Bier steht für wenig Entspannung. Das könntest du ... Oh, wie darf? Und du überlegst noch ganz kurz ... Scheiße, wie kann ich es jetzt noch retten? Wie kann ich es noch retten? Nicht. Nee. Einfach nicht. Traktose. Ja. 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 Ich stinke wieder nach nassem Dackel. Ich stink nach allem, ey. Das ist voll schlimm. Das ist schön, dass es auch drin war jetzt. Und damit sind wir jetzt raus! Ja. 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 Ja.